Das ist Benutzer. Die sind für die Zucht. Tor raus rechts, also un am Wasser. Die am Wasser. Die sind zum Züchter. Die wo, wenn du das Tor rauskommst, rechts an der Klippe stehen. Gut. Das heißt, die am Baum können wir für den Boss nehmen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Kurze Frage, wie viele Metallwaren hast du denn noch? Wir haben eine Metallport mit dem Anki durch. Oder mit einer Blueprint, Axt und Ab. Wir kriegen nicht mal drei Stücke. Alter, wie teuer ist der? 15.000 Barren. Ja, ist trotzdem egal. Oh Gott, jetzt reicht's. Der portet mir zu oft sich zu dem scheiß Artefakt. Langt. Langt. Ich mach das jetzt weg. Der Sack. Langt. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Schau mal einen Ort. Das war's. Okay, der ist ja geil gesetzt. Egal. Werdig, werdig, ich nehme hierher getippet. Werdig, 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 werdig. Werdig, werdig. Werdig, werdig. 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 So, ich fange mal an wie der Rechse zusammen, bitte ohne. Weil das ist ja alles RIP, das muss ich alles neu aufsetzen, levele und mache und so. Ist ja alles verreckt. Was? Dafür war es doch gezüchtet. Ja, aber nett, dass es dann da oben verreckt und nicht gebrauchbar ist. Und das passiert ja noch zweimal. Ich weiß ja nicht, wie ich das lösen soll. Ich habe mal schon Gedanken gemacht mit Rausporte, aber wie viel Zeit hasche beim Boss. Langt ja nicht um alle Rausporte. Einfach genug in der Nachzucht haben. Naja, ganz einfach. Du hast die Soul-Mod drauf, wo die Soul-Gang und du soulst alles in Sekunden schneller ein. Warum steht die Türkisene an der Wand? Eben, die an der Wand sind ja die zum Züchten. Ach so, so rum. Die, wo da an der Klippe stehen. Und die Una de Bays, was ist mit denen? Die sind in den Müll. Das ist alles Müll, die Una. Im Vergleich zu denen zum Züchten, ja. Und die am Wasser? Also, die schauen die an der Wand an. Die, wo du verwenden willst, die werden angeschaut. Oh, Tobi, guck einfach drüber. Bevor du sie besattelst. Was doch was taucht und was nix taucht. Weil eigentlich, bei den Kanus haben wir eigentlich geile Werte drin. Die Besseren sind auch bei den Gigas. Ja, die Gigas sind Schrott. Die Gigas benutzt man nur für durch die Teköl zu laufen. Hast du da schon eine Petri geholt? Oh, Loll. Wieso habe ich denn das noch? Weg. Ist mein Modus noch an? Na. Na. Voll. Das war's für heute. So, probier da. Mäppel. So. Rüstung. Hast du dir einen schon eingemacht? Nein, hab nur alles, glaub ich, reingedeckt dafür. Gut, dann mach ich jetzt zwei. Ist da noch ein Messie drin, ne? Ja. Hol mir grad noch einen besseren Patriot, den war ein wenig auf Speedlevel. So komplett ohne Speed ist der ja übel. Nice. Ich hab grad mal eine Rüstung. Ach, die ist besser. So, ähm... Ich halt jetzt noch mal Ausschau nach... Ey, Mistvieh! Verpiss dich! Mal Ausschau halten, nach Lootjobs brauchen noch Hose und Handschuhe, äh, Handschuhe und Schuhe. Dann hätten wir ein volles Set zusammen. Dann hätten wir ein volles Set zusammen. Falsch hatte ich, ist doch gar nicht so schlimm. Äh, weil die Resistenz höher ist. Also, du kriegst weniger, also hast du mehr Resistenz. Denk mir grad, weil ich spring hier von einer Klippe zur anderen einfach mal... ... ... ... ... ... Also, die Lootdrops sind mittlerweile auf mal 100, ne? Das ist halt schon krank. Und trotzdem kriegst du nicht das, was du brauchst. Das ist das Schlimm. ... ... ... Wobei, eigentlich nicht. Weil, ähm... ...Farming auch recht hoch ist. Das heißt, du kriegst viel mehr raus als gewöhnliche. Ja okay, aber gerade beim Metall beim Durchschmelzen ist halt trotzdem noch. Es dauert ja. Da hast du recht. Das dauert. Ich hab mal einen lilanen bp gefunden vom didikurus Die mammuts lieben mich heute Die indy forsch ist fast voll Nur fast Robi das kannst du besser Ich glaub ein oder zwei Slots sind noch voll Das kannst du besser Ja ruf mir die scheiße voll zu machen Das ist eine Manipulation im eigenen Team ja Du machst das schon super Tobi Ich würd die zum metallfarm eher den blue orb empfehlen Als die wo du jetzt warst Da war ich ja grad zuletzt Und ja Bei dem blue orb sehe ich ja wieder rich metal vorkommen Also die loot drops hassen einen wieder mal Sicher dass die loot drops nicht einfach nur dich hassen Sag ich ja Die loot drops hassen einen mal wieder Ich denk's nicht so Du hast den Kano und sagst du kriegst Jetzt kriegst du gar nichts mehr Genau das denken die sich Ja aber du hast doch jetzt eine Brustpanzer Jaaa schon richtig Aber Merke Demo You know 20er Thüler Was soll ich mit einer 20er Thüler man Dann check die Kano Dann hab ich aber eine bessere Thüler Ich hab mal so benutzen können für deine Hätte ich da nicht noch mal eins vorstellen können Wo ist da die zweite Nenni? Ich hab doch zwei Nennies Ah gut da ist Platz Ähm die Steinwand Soll verbossen Und der Rest soll irgendwie Müll sind Und am Wasser ist Müll Und am Wasser ist Müll Von Sata Muss ich checken Hast du jetzt eigentlich schon ein PC? Ja Okay Okay Kein Sattel Kein Sattel 15er Thüler Ich krieg zu viel Nee Die will ich nicht Sind die Archies noch am Bride? Also wenn ich das grad so bedenke Dürfte der Boss eigentlich mit dem Der hat dann total easy sein Oh Gott Aber wie viele sind das wo man nehmen könne? Das waren's nicht Nee Wo das bereitstehen gelevelt, gemacht, getun Achso Ähm Wir werden auch nochmal breeden müssen Okay Weil so wie ich schon gehört hab verliert man die Dinos Erst bei der Tech Cave Ja Und lieber ich breede schon mal im Voraus Wieso sind hier die Böden alle cut pusht Wieso sind hier die Böden alle cut pusht Wieso sind hier die Böden alle cut pusht Ich brauche mehr Ich brauche mehr Ist dann im S Plus oder? Jaja das ist schon S Plus Hm Ähm Könnt's nicht das der Rote Affe fehlt Weil Ja Rote Affe fehlt Wart 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 Drei, vier von den Dingen. Das Endwürm hättest aber mehr in sich. Jo, ist klar. Machen wir zwei Stück noch. Ich baue schon den Boden. Wo stelle ich die hin? Die müssen greifbar sind, dass ich sie rufe kann. Oh, doof, perfekt. Beim Tech-Riply irgendwie kommt schon nicht durch, ne? Das ist der hier nicht dran, wo ich jetzt stehe. Wenn er teppe Wand in der Base auf, um da hinzukommen. Oh, ich mach's anders dran. Komm ich gleich hin. So, die Nanny hat noch genug Fleisch. Wieso steht hier in dem Ecke Kühlschrank? Die Spinnen habe ich jetzt alle doppelt. Guck mal, wenn du da hier durchkommst, dann kommst du hier hin. Ist doch super. Dann bräuchten wir die Affen jetzt. Könnten wir eigentlich machen. Ne, ich hab grad noch ein wenig Metall. So, ich hab grad ein bisschen bemogelt irgendwie. Ich hab's gesehen. Und Befülle machst du dann über Fernbedienung. Richtig. Du hast, ich habe auch teilweise mal 20 von den Dingern ineinander gestellt. Ja, aber A-Schalle. Wie schall ich sie hin? Solange die in Reichweite von Strom sind, werden die automatisch eingeschaltet. Habe ich S-Plus-Generator dort stehen? Keine Ahnung. Die sind schon an. Die sind ja immer mal angewiesen, wo ich... ...eine Mannschafts habe. Das an der Wand ist die Zug-Taraxa. Dann aktivieren wir doch die Zug-Taraxa mit alle. Ich muss die einmal alle rauswerfen, damit die alle ihren neuen Lebensbalken kriegen. Hallo, die haben fast alle 300k Leben. What the hell? Hast du die do am Baum überprüft? Ich unterbreche mal die Brauung zwischen den zwei. Ja. Auch gut. Welch was? Mach dir mal die Waffe doch. Und pack alle in die Schrott sind. Einfach... Wieso? Die, die Schrott sind, werden verschleudert. Ja, das sind dann die do... Wir müssen Sattel machen. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Also, jetzt muss ich gucken, was wir nochmal für den... und ich fühle mich auch noch. Okay. Oh. Okay. Okay. schneider die hohe also bei mir bringt das nicht viel artefakt des rudels fehlt uns noch kannst du jemanden im einhornkostüm ja wenn du eine haare brauchst aber bei mir wirst du keine kriegen weißt du was das schlimme ist ich hab da kein teleporter anscheinend das war die höhle wo du verreckt bist weil du es nicht gefunden hast meine der höhle bin ich bin in der eishöhle verreckt ja da auch ich glaube ich habe auch schon denn er hier stand da drüben vor dem steintor geil gut der hat das tier außer der gefällt dir nicht dann macht er neuer ich hab doch so ein schönes vieh gehabt mein petri ist doch tobi hat mein petri gefunden und ich dachte er wäre ich bin nicht kämpfen konnte ne was hat das hier ich geh mal kurz ich geh mal kurz teleporter platze lasse mir gefallen das nicht wie die schnell die tps machen und so ich geh mal ein paar artefakt dinger kaputt machen vorsicht höhle raus das ist guter nirgends Scheiße. Neum. Neum. Boah. Was haben wir denn? Das ist schon übel. Ja. Ja. Mein Raptor ist zu einem Speed Raptor geworden. Einfach der ultimative Flitze. Das ist wirklich der ultimative Flitze, wenn du irgendwo hinweg willst. Ja gut, den kann ich aber auch nicht mitnehmen. Ja eben gucken. Ah, what the fuck, das ist wieder. Hm, wo ist ihre? Was? Ich sehe ihr TP nicht. Ich habe mich gerade gefragt, warum habe ich da keinen Teleporter hingestellt? Ja. Du solltest ihn ja nicht leisten. Du hast jetzt einen Teleporter mit. Jetzt habe ich einen. Alles. Als nächstes geht. Oh. Komm wieder her, wo bist du, oder hast du dich weggezähpäht? Oh, das läuft. Okay. Oh ne, zum Himmels her gehe ich nicht hin. Hier ist doch 73, 61, was ist denn das? Oh ne, zum Himmels her. Oh ne, zum Himmels her. Oh ne, zum Himmels her. Oh ne, zum Himmels her kann ich net saven. Reicht halt erstmal. Hat genug, schade immer. Ja, scheint gerade so. Wo hast du schon die Eier hier gemacht? Warum? Wenn ich das Ding abreiß, habe ich sie dann wieder? Ja. Also du brauchst es nicht abreißen, du kannst das Ding aufheben. Ich reiß das Ding aber ich brauch das nicht mehr. Aber das Ding ist doch toll. Wir haben das Dodo-Nest. Ja, das Dodo-Nest zeigt dir aber nicht die Werfer. Das macht das Soul-Ding, wenn sie gebrütet sind. Ach, das war doch die Höhle mit, äh, die Gifthöhle oder nicht? Ah, die sehe ich sie. Oder? Na, die... Die, die mit den, mit den leuchten grünen Pilzen drin. Die mit dem Gifth, die hast du ja geschafft. Da war ja da, wo Impio dich die Tore hingeballert hat. Ja, aber dann passt das von der Location hier gerade nicht. Da war der Eingang auch in Redwood. Den jetzigen Eingang finde ich nicht. Zum Rudeln. Ich weiß auch nicht, warum die Artefakte weg sind. Äh, Tobi, ich kriege im Chat gerade geschrieben. Für das, was du willst, freizuschalle, muss der King-Titan gelegt werden. Ah, okay. Nächste Händchen. Ja. Noch ein weiter Weg. Ja. 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 Ja.